Wir sind die Jungs von Preußen-Münster, ja wir sind alle Zeit am Ball. Das Fußballspiel ist unser Leben, wir kämpfen da so wie ein Ball. Ein jeder Fußballbett in Preußen-Münster wohl, denn wir sind immer bekannt. Ein jeder Gegner, ja der hat es schwer, bei uns, bei Mann, dann immer wieder sagt. Wir sind die Jungs von Preußen-Münster, ja wir sind alle Zeit am Ball. Der Fußball, das ist unser Leben, wir kämpfen da so wie ein Ball. Und dann, 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 dann geht es los, wenn wir dann erstmal auf den Spielfeld sind. Wir stürmen ohne Rücksicht auf den Gegner los und schießen einfach Tor für Tor. Wir sind die Jungs von Preußen-Münster, ja wir sind alle Zeit am Ball. Der Fußball, das ist unser Leben, wir kämpfen da so wie ein Ball. Und wenn der Sieg dann erst einmal unser ist, die Bänzern alle auf den Mecklen stehen. Das ist für uns der allerschönste Augenblick, denn Preußen-Münster gibt uns da gehen. Wir sind die Jungs von Preußen-Münster, ja wir sind alle Zeit am Ball. Der Fußball, das ist unser Leben, wir kämpfen da so wie ein Ball.